Wie und von wem wurde eigentlich die Karte des Rumtreibers erschaffen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über die Entstehung der Karte des Rumtreibers sprechen. Die Karte des Rumtreibers war eines der wichtigsten Werkzeuge, die Harry Potter im Kampf gegen Lord Voldemort und seine Anhänger einsetzte. Die Karte half ihm, die wahre Identität von Peter Pettigrew aufzudecken, die Lügen von Barty Crouch Jr. zu entlarven und Professor Snape stets einen Schritt voraus zu sein. Aber hast du dich jemals gefragt, wie die Karte entstanden ist und wie sie in direktem Zusammenhang mit Harrys Vater James Potter steht? Heute werden wir diese und weitere Fragen beantworten, wenn wir uns die Geschichte der Karte des Rumtreibers ansehen. Die Karte des Rumtreibers wurde zu einem der wichtigsten Hilfsmittel, die Harry Potter im Vorfeld des Zweiten Zauberkrieges nutzen sollte. Und das ist mehr als nur ein wenig überraschend, wenn man bedenkt, wer die Karte erschaffen hat. Die Schöpfer der Karte waren vier Gryffindors, bekannt als die Rumtreiber, die in den 1970er Jahren die Hogwarts-Schulefaxerei und Zauberei besuchten. Obwohl die vier Kinder, Remus Lupin, Peter Pettigrew, Sirius Black und James Potter, später eine entscheidende Rolle im Ersten und auch Zweiten Zaubererkrieg spielen sollten, hätte man das aufgrund ihres früheren Verhaltens an der Schule niemals vermutet. Trotz ihres akademischen Erfolgs schienen sie nie der Typ für Erfindungen zu sein. Remus Lupin war der Sohn von Lyle Lupin, einem einflussreichen Angestellten des Zaubereiministeriums. Als kleiner Junge forderte Remus' Vater öffentlich die Hinrichtung eines Wehrwolfes namens Fenrir Greyback. Die Idee setzte sich jedoch nicht durch und Fenrir überlebte, und nicht ohne sich zu rächen. Mitten in der Nacht infizierte er Lyles jungen Sohn Remus mit Lykantrophie. In Hogwarts wurde Remus von dieser Krankheit geplagt. Jeden Monat wurde er gezwungen, sich einem verlassenen Haus in Hogsmeade zu verstecken, um zu verhindern, dass er in Wolfsgestalt seine Mitschüler angriff. Angesichts des traurigen Zustandes des Jungen zu dieser Zeit könnte man meinen, dass Remus eher als Ausgestoßener enden würde, als als einflussreicher Professor in Hogwarts. Ein weiteres Mitglied der Rumtreiber war der Erbe der aussterbenden Familie Black, Sirius Black. Als Sirius sich in Hogwarts einschrieb, war die Familie Black von einer der Dominanten in Großbritannien zu einer der Schwächsten geworden. Sirius war einer von nur noch zwei männlichen Erben und aufgrund seiner Gutmütigkeit nicht einmal bei seinen anderen Familienmitgliedern beliebt. Tatsächlich betrachtete der Rest der reinmütigen Zaubererwelt, insbesondere diejenigen, die zu Slytherin gehörten, Sirius als eine große Enttäuschung. Viele Jahre lang wurde dieser Verdacht bestätigt, als Black eine lebenslange Haftstrafe in Azkaban verbüßte. Der Vater von Harry Potter, James Potter, war das dritte Mitglied dieser Gruppe. Er war fast genau das Gegenteil seines Sohnes. James wurde in eine reiche Familie hineingeboren und jeden Tag seines Lebens verwöhnt. Ähnlich wie Draco Malfoy stolzierte James durch die Hallen von Hogwarts und war sich seines gesellschaftlichen Ansehens ziemlich sicher. Wann immer James den Mund aufmachte und einen bissigen, fiesen Kommentar in Richtung eines anderen Schülers abgab, wurde von diesem einfach erwartet, dass er es hinnahm, ohne sich zu wehren. Wenn sie das nicht taten und tatsächlich versuchten, sich mit James anzulegen, wurden sie für die nächsten Jahre zum Objekt der Schikanen der Rumtreiber. James Potter war somit ein Mobber in gewisser Weise. Das letzte Mitglied der Gruppe war ein Junge namens Peter Pettigrew. Peter war eine Art Mitläufer und trug nicht viel zu den Rumtreibern bei. Er war weder besonders mutig, noch besonders klug. Die anderen drei Jungen, besonders James, behandelten Peter nicht wie einen Freund, sondern eher wie eine Nervensäge und einen Diener. Peter war schließlich für den Tod eines ihrer mutigsten Mitglieder, James Potter, verantwortlich. Wahrscheinlich als eine Racheaktion für die damaligen Aktionen, die er mit ihm gemacht hat. Wie man sieht, waren die Jungen damals kaum die Typen, die eines der einflussreichsten magischen, mächtigen Artefakte des zweiten Zaubererkriegs geschaffen hätten. Aber sie taten es. Die Frage ist nur, wie haben sie das gemacht? Nun, alles beginnt mit einem Zauberspruch, aber nicht so etwas Einfaches wie Accio oder Expediamus. Als die vier Mitglieder der Rumtreiber ihre Köpfe zusammensteckten und auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiteten, nämlich die Bewohner von Hogwarts auszuspielen, kamen sie zum Schluss, dass nur ein einziger Zauberspruch dafür ausreicht. Der Homunculus-Zauber. Dieser fortgeschrittene Zauberspruch war nicht leicht zu erlernen. Wäre dies ein weiteres langweiliges Aufgabengebiet für ihre Lehrer gewesen, hätten sich die Jungen vielleicht nur halbherzig bemüht. Aber die Rumtreiber waren eifrig dabei, das Schloss zu erkunden und sie waren gespannt darauf, Geheimnisse zu lüften. Nachdem sie den Zauberspruch perfektioniert hatten, schrieben sie ihn auf ein großes Stück braunes Pergament. In den folgenden Sekunden staunten sie, als sie die Schritte ihrer Mitschüler und auch ihrer Lehrer auf dem Pergament sehen konnten. Die Jungen hatten bereits eine grobe Zeichnung der Gänge und Räume von Hogwarts auf das Pergament gezeichnet. Aber mit dem genauen Aufenthaltsort des Lehrkörpers und der plaudernden Mitschüler konnten die Jungen weiterhin alle Geheimnisse der Schule perfekt erforschen. Als zusätzliche Beleidigung fügten die vier Rumtreiber ihrer Karte einen weiteren Zauber hinzu. Zu diesem Zeitpunkt ihrer Ausbildung in Hogwarts hatten die vier bereits genug Feinde gesammelt, um ein ganzes Buch damit zu füllen. Als Gryffindors ließen sie sich von ihrem Hausstolz in eine uralte Rivalität gegen die Slytherin-Schüler hineinziehen, was dazu führte, dass sie Severus Snape verachteten, der die letzten verletzenden Kommentare der anderen nicht einfach ignorieren konnte. Um das Feuer noch weiter anzuheizen, verzauberten die Rumtreiber ihre Karte so, dass die Tinte, wenn Snape sie jemals benutzen wollte, äußerst geschmacklose Sprüche über Snapes Aussehen oder sein Intellekt formte. In allen anderen Fällen konnte die Karte von jedem benutzt werden, vorausgesetzt, er wusste, wie man sie entschlüsselt. Alles, was ein Zauberer oder eine Hexe tun musste, war, die Spitze ihres Zauberstabs auf die Karte zu halten und dann zu sagen, ich schwöre feierlich, ich bin ein Tunichtgut. Mit dieser einfachen Beschwörungsformel erwachte die Karte zum Leben und füllte ihre Seiten mit allen Winkeln des Schlosses. Die Karte hatte sogar eine besondere Funktion. Wenn man auf eine passwortgeschützte Schwelle oder Tür stieß, verriet die Karte das Passwort auf ihren Seiten. Es mag zwar überraschen, aber die Karte des Rumtreibers war nicht perfekt. Obwohl sie oft als das Nonplusultra auf dem Weg durch Hogwarts angepriesen wird, zeigte sie ihrem Benutzern nicht alles. Die Karte zeigte nur das, was die ursprünglichen Rumtreiber entdecken konnten, aber selbst das war nur begrenzt möglich. Es gab Orte in Hogwarts, die so verzaubert waren, dass sie nicht auf der Karte eingezeichnet werden konnten. Salazar Slytherins berüchtigte Kammer des Schreckens, eine seiner vielen unbekannten Schöpfungen, erschien zum Beispiel nie auf der Karte. Und natürlich der Raum der Wünsche. Der Ort, in dem Harry Potter Mitte der 1990er Jahre Dumbledores Armee trainiert hatte, war ein weiterer Ort, der nie auf der Karte erschien. Aber das war noch nicht alles. Diese nicht auf der Karte verzeichneten Räume brachten ein zusätzliches Problem in den ursprünglichen Plan der Rundtreiber, den Aufenthaltsort von jedem schnell zu finden. Immer wenn sich jemand in diesen Räumen aufhielt, verschwand er von der Karte. Das muss das Chaos noch vergrößert haben, wenn James, Sirius, Peter und Remus nachts durch die Flure liefen und sich Sorgen machten, wem sie begegnen könnten. Als der Konflikt in den Jahren vor dem Zweiten Zauberkrieg eskalierte, traten die Grenzen der Karte des Rundtreibers immer deutlicher zutage. Irgendwann nahm Barty Crouch Jr. einen Vielsafttrank, um sich als der neue Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts auszugeben. Im Auftrag von Lord Voldemort arbeitete Jr. unermüdlich daran, dass Harry für den Plan des dunklen Lords sowie dessen Auferstehung zur Verfügung stehen würde. Obwohl Harry Potter nicht übermäßig davon besessen war, den Aufenthaltsort von Barty Crouch Jr. ausfindig zu machen, denke ich schon, dass er, wenn er den Namen auf der Karte jemals gesehen hätte, es bemerkt hätte. Hier zeigt sich schließlich eine große Schwäche der Karte. Auch wenn Barty Crouch Jr. den Vielsafttrank getrunken hätte, würde die Karte seinen wahren Namen verraten. Genau wie damals, als Peter Pettigrew sich in seiner Animagus-Form als Kretze versteckte. Die Karte enthüllte das, und Peter hätte das vielleicht beachten sollen, als er zurückkehrte. Ich meine, er war immerhin einer der Mitgründer oder einer der Miterschaffer der Karte. Vielleicht denkst du jetzt, das ist doch eine Stärke, jemanden zu erkennen, der unter dem Einfluss eines Viersafttrankes steht. Damit hast du sicherlich in einem großen Maß recht. Leider zeigt die Karte jedoch nicht den vollen Namen an. Stattdessen stand einfach Barty Crouch statt Barty Crouch Jr. auf den Seiten. Was Harry fälschlicherweise annehmen ließ, dass der Vater des dunklen Zauberers, ein wohlgemeiner Angestellter des Zaubereiministeriums, aus irgendeinem Grund in Hogwarts unterwegs war und alles in Ordnung sei. Hätten die Rumtreiber die Karte so verzaubert, dass sie den vollen Namen einer Person verriet, wäre Harry vielleicht nie auf den Trimagischen Plan hereingefallen. Die ursprünglichen Rumtreiber hatten die Karte des Rumtreibers jedoch nur eine sehr kurze Zeit in ihrem Besitz, bevor der Hogwarts-Hausmeister Argus Filch sie hinwegschnappte. Die Jungen und Filch waren während ihrer gesamten Zeit in Hogwarts zerstritten. Und Filch strahlte vor Stolz, als er ihrem Unfug endlich ein Ende bereitete und das Pergament in seinen Händen hielt. Er konnte es dann einfach wegschließen. Über die Jahre hinweg blieb die Karte in Filchs Büro. In den späten 80er Jahren wurde die Karte für eine kurze Zeit gestohlen und von Mandangis Fletcher benutzt, aber schließlich fand die Karte ihren Weg zurück zu Filch, bis Fred und George Weasley sie in die Hände bekamen. Gemeinsam nutzten sie die Karte, um zwischen Hogwarts und Hogsmeade hin und her zu schleichen. Nachdem Harry sich in Hogwarts eingeschrieben hatte, übergaben die Zwillinge ihm das Pergament. Es begleitete Potter durch die folgenden Jahre, bis sein eigener Sohn die Karte stahl und sie gut gebrauchen konnte. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe es hat dir gefallen und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib's mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.